sie kommen sich irgendwo was bauen hier vielleicht hake oder kupferwaren und schnur bei dem essens zeugs bauholz kupferwaren ja wie krieg ich eine schnur bitte wahrscheinlich hier als herrenstock eine schnur kann ich sogar kraften und ich baumbolle wahrscheinlich habe oder pflanzenfasern aber wo kriege ich jetzt habe ich vielleicht irgendwas kupfermäßiges wieso ist die musik jetzt so irre laut schnur fehlt noch also schnur habe ich wir brauchen nur pflanzenfaser ja dings ich glaube ich habe irgendwie eisen oder sowas habe hier ist kupfer aber auch da braucht man kupfer zwei leder kupfer braucht man dafür wo ist denn jetzt das kupfer hier und hier oder was aber ich kenne brauchst kupfererz hast du jetzt schon bachen gekostet ja habe ich aber ja aber ich kann nur noch ich brauche noch holz naja ich hab holz was brauchst du nicht ich wollte ich wollte ich wollte ich kann kein holz machen scheiße warum ist da oben wie kann man das eigentlich freischalten hier und schloss ist das schloss oben in die leiste ach das ja das ist voll nervig irgendwie das so ist weil da würde ich jetzt gerne was reinlegen ich verbrenne dich mit meiner lupe bleib stehen mit seiner ameise renne renne das gesehen du hast es getötet du hast du das ist ja guck mal was denn das dir überhaupt geiß was ich sehe gar nicht wie das hinter zu kann man das einfach hier rein sitzen oder das wächst schon aber das gibt es da unten ist schon ein bisschen nervig ist schon geblubber wie gesagt genau so das eigentlich schon so ein bisschen so eigentlich ruhe mais naja einfach mal so alles nebeneinander einfach so random irgendwie ob das was wird ich weiß es nicht oh hyper 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 wenn es sich jetzt mal umdrehen würde dabei ne alter jetzt eigentlich aus deiner arme ne gerade oh ha ham siehst du siehst du gerade hier ich zeige dir den mittelfinger wir können ja jetzt mal das machen nachdem ich was getrunken habe natürlich ähm wollen wir das mal machen ja die erste mission ja die erste mission musste aber aufmachen haha ja wo waren das ja im schiff ne ich muss doch das erst abgeben ach so ja das war ja links irgendwo links ja toll ach du musst da diesen tor jetzt oder ja moment wo muss also doch dahinten irgendwo da port ich mich einfach wieder zu dir shit ich weiß gar nicht wieso ist das ein wolf oder so und die alter ja wow das ist überhaupt für komische alien fücher ach schon wer entschuldigung oh hier laufen voll viele fücher rum was ist denn heute los ach nase aua ja komm ich will hier hoch man wie die schnee wusstest du es ach was ach schon gemerkt ich gehe jetzt schaden machen weil das immer tiefer runter geht hier ja jetzt wieder ne diesmal nicht jetzt wieder nein nicht weiter was du hast grad mal ein zeug eingesammelt ach ich Junge warum sterbst du denn alles wie ist denn das hier warum machen jetzt weiß ich nicht mehr was ich alles hatte hier alle meine ressourcen sind hier weg alles was neu glätzt was ist das denn schniedel ja das ist mein leder das ist leder das ist schniedelding das ist doch nicht was nein ach so du hast wieder aufgehoben ich weiß nicht was es war ich weiß nicht was es war ne du hattest Hühnchen und noch ne figur yeah ok dank bitte schön tack einfach nur beamen ja muss man sich ich dachte man muss irgendwie abgeben oder so ach ne man muss es dem Typen ja hab schon ja alles vergessen ist es die richtige Richtung ah scheinbar nicht ich kann ja nichts machen hm man muss doch irgendwie das erst äh man muss zum ersten mit dem schwatschen dann muss man die missionen machen da kommt abgeben also ich kann jetzt nichts abgeben dann müssen die missionen machen wie mach ich das ein schiff dann zu dem pc gehören dann mission und dann wie werde ich die luke wieder los ach so die ist da oben drin missionen hier ist aber nichts drin dann moment da musste man nicht beim Tor irgendwas machen ach du musst zur alten erst gehen ja oder warst du da schon ich sag doch zu allerersten ach so ich dachte du warst bei der alten schon gewesen bei der alten Frau oder bei der alten Frau oder war ich ne alten Frau ich hab noch keine Ahnung du hast also wo ist die denn ach ganz rechts irgendwo wo ganz rechts ganz rechts ganz rechts ja wo ja da dann scheiße ja ich hab doch schon mit der gelabert hä die hat Fragezeichen über sich ach cool ein schick quest complete ja man jetzt hat sie aber was neues was ist das was ein nach dem anderen eine seltsame hochwertige kompakt eines persönlichen teleporters bitte was du brauchst ein schiff in funktionieren wer weiß schon ich denke du solltest zum ausposten zurück gehören und mit ah jetzt kann man ach ja ah so war das ja ich weiß es nicht ich hab das noch nicht gemacht du hast es schon gemacht ich kann fliegen ja man sieht es jetzt jab ich wieder ja ja das äh ist er tot komm jetzt muss ich zu meinem schiff zurück ja soll ich mal schauen was er jetzt sagt anwenden diese anlage ist die haupt quelle für kristalle mit denen du den überantrieb eines schiffes tanken kannst aber die habe ich doch jetzt schon wo bin ich denn jetzt ach jetzt bin ich hier ah ne jetzt traf ich gar nichts mehr ähm ich bin hier wie es ach so ja ich höre es ich will nochmal machen ich hab in den müller einmal geguckt hast du das gesehen ey ich geh aufs klo ey wie sound ich geh aufs klo geh wirklich da hinten an den toiletten ja schon ja klar da ist jetzt auch was drin ne tschüss 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 ich glaub das sollte jetzt eigentlich relativ einfach sein Ja. So, das macht zu. Ich würde dich fast alleine platten. Man kann nicht da drunter. Im Einen. Nein, 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 nein. die blieb die 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 ich muss kurz wechsel mal kurz habe ich jetzt meine waffe geschmissen hier so die hände im leeren zustand nicht eben so jetzt bin ich fertig wie der waff kacke wird dann rosa ist ein lichter probier mal diese waffe aus jetzt auch nicht so der renner ich bin gerade verreckt ich habe es gar nicht gemerkt das schlecht wollte mich einfach zu dir jetzt verliere ich nichts ja diese waffe ist dann doch nicht so gut geeignet ich wollte da hoch springen aber es hat nicht funktioniert ich bin auf den gelandet schönes man kommt jetzt überall hin einfach einfach hin springen okay ich würde es ja mal alter springen ist nicht so ein ding was doch hier runter jetzt ist dafür weiß ich würde es wieso bin ich hier der führer bitte entspricht mich auch so an mit der führer ja wo waren das meine wo waren es viele dinge da ja wohl schon wieder da wo ist links ich weiß nicht wo links ist ja da ich dachte so weit ist jetzt ernst glaube wir auch noch und nutzt es total aus ja hier in dieser kiste drin wenn ich sie öfter kommt es die große ding raus genau ziel und das ist immer verschwindet da sind herzchen hier wird nicht gefördert werden arbeit wir sind wirklich ich will hier runter das ist hier oder was ist hier unten erst dann muss mit natürlich ich habe mich angst ja man ist so alle führer die ganze zeit f ich weiß auch nicht wieso nicht gesehen welche tasse drücke hat sich angefühlt wir auf der linken seite alle gemacht das ist also ich noch mal kommen wir dann bin ich tot ja frage ich doch ich bin tot und das ist ja ich konnte nicht ausweichen wollte mich einfach zu dir geht das nicht einfach so oder muss ich jetzt zum schiff wieder finde wenn schon da wird schon damit schon da und dann ich falle wahrscheinlich ist noch nie so oft einer gestorben wie ich ja jetzt das ding benutzen wird danach schon runter ja man ich bin gestorben als ich gefallen nein die schon wieder fangen kapsel und gegenstand werfen auf monstern wir bezahlen man neues zu bringen das bin da was muss ich machen das ding hat deswegen kann man das ding bedienen hat mich schon gewundert gut gemacht und jetzt wird gleich geht man nicht irgendwas oder so jetzt ist er zurück ja ist ja wohin okay zurück da es gibt so eine sache ja in auch perfekt mit dem sonst klappen ich werde dann schiff sofort okay pinguine jetzt hat er kaputt gemacht den alten natürlich was den alten kristall wieder ein bisschen müde jetzt ist alles wieder immer 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 sagen hat die flesse alter ich habe schon für den hammer kann auf morgen abgebaut werden als heute da